So, das ist die Baustelle. Da hinten entsteht der neue Teich. Das Becken haben wir vorhin schon ausgebuddelt. Das liegt da jetzt auf der Rasenfläche ca. 2000 Liter. Dann haben wir das Loch schon um einiges größer geschachtet und die Ecken noch weiter ausgekoffert. Und dann geht es morgen weiter mit Aushubladen und Abtransportieren und Entsorgen. Und dann wird das Ganze natürlich noch weiter ausgeschachtet, denn der Teich soll ja viel größer werden. So, Freunde, ich zeige euch mal eben den Plan, den wir gezimmert haben. Den haben wir in fünf Minuten eben dahin gekritzelt. Also nichts mit Bemaßung oder Maßstab, das hat der Kumpel hier gezeichnet. Und ich habe nur meine Ideen und Wünsche so ein bisschen geäußert und er hat so ein bisschen seine Kreativität spielen lassen. Und ja, so wird es nachher ungefähr aussehen. So, die Terrassenfläche ist hier schon vorbereitet. Gut, wir setzen jetzt zunächst die Einfassung hier anlang dieser weißen Schnur. Okay. So, wie ihr das? Vielen Dank. Sehr schön. Klasse. So, ich erkläre jetzt mal eben kurz die Gedanken, die wir uns im Vorhinein zu dem Teich gemacht haben. Und zwar ist das hier die Terrassenhöhe. Hier können dann die Platten ankommen auf der Höhe und das hier ist die Teichhöhe. Das heißt, Wasser kommt ein, zwei Zentimeter hinter den Steinen an, so dass wir Teich höher haben als die Terrasse. Da unten haben wir ja unsere Tiefwasserzone und wir werden hier auf dem Stück irgendwo, ist noch nicht ganz festgelegt, werden wir so eine kleine Treppenanlage bauen, so dass man da unten hingelangen kann und sich dann mal bei besonders heißen Temperaturen mal eben ein bisschen erfrischen kann. Hier kommt noch eine Sumpfzone hin, 15, 10, 15, 20 Zentimeter, wo wir dann ein paar Pflanzen noch reinsetzen. Ja, dann wird dann dieses Steilufer, da werden natürlich noch Mauersteine gesetzt vor Kopf und über Eck, so dass da nichts einstürzen kann. Ja, hier haben wir ja die Schräge eingebaut. Das ist eigentlich nur so aus optischen Gründen. Man hätte das Ganze auch eckig bauen können, aber so sieht das Ganze noch ein bisschen aufgelockerterer aus. Das gibt dem Ganzen nochmal eine besondere Form. Ja, hier kommt das natürliche Filterbecken hin. Da kommen dann Filterpflanzen rein, die das Wasser dann auf biologische Art und Weise filtern. Hier wird dann auch nochmal ein Stein aufgemauert, so dass das Ganze höher ist als der Teich. Die Teichpumpe pumpt das hier rein. Die Filterpflanzen entziehen dem Ganzen die Nährstoffe, die kann man dann abschneiden. Und so entfernt man die Nährstoffe und dann die Pflanzen wachsen und so. Ist halt eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, wie das Wasser gefiltert wird. Über das Filterbecken gelangt das Wasser dann wieder über einen kleinen Auslauf in den Teich. Und ja, wo ich hier stehe, das wird so die Flachwasserzone sein, die dann langsam herabfällt. Und dann haben wir da unten unsere Tiefwasserzone. Ja, das Ganze wird dann auch schön gepflanzt und dann haben wir nachher, glaube ich, eine sehr schöne Anlage. Wir verfugen jetzt die Großpflastersteine hier und das machen wir mit Krasszementmörtel. Da hat ein bisschen wärmer ist heute, haben wir das Ganze etwas feuchter gemischt. Kelle und Mauerkelle braucht man dafür. Und ich habe hier meine schnelle Eingreiftruppe, sodass wir hier heute wahrscheinlich noch die Teichfolie einbauen werden und ins Wasser springen werden. Richtig? Ja. Okay. Also ihr nehmt das gleich, immer so eine gute Kelle, und füllt das erstmal vor. Das kann man ruhig mit der großen Kelle da reinstopfen. Eine Hand hinten, weil sonst riecht sich das ganze Zeug raus. Und dann sieht das Ganze schon gut aus. Fertig. 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 Sehr gut. So, wir machen ja hier diese Steilufer und um das Ganze abzufangen mauern wir hier diese Kantensteine. Einfach Kantensteine, die setzen wir natürlich satt in Beton, dann kann das Ganze nicht mehr wegrutschen. Um dann letztendlich auf unsere Höhe zu kommen, die wir haben wollen, mauern wir nachher noch ein paar Steine hier drauf. Aber das ist eigentlich relativ simpel und das wird dann noch mit Beton unterfüllt und dann ist das eine sehr solide Steilkante, wo man auch die Folie sehr gut befestigen kann. So, dann müssen wir natürlich gucken, dass die Steine auch in der Waage sind und vor allem schauen wir natürlich, ob die auch dann im Lot stehen, weil wir wollen ja nachher eine gerade Kante haben. Aber das passt hier eigentlich schon ganz gut. So, hier sieht man jetzt der zweite Steilufer, der Schenkel nach links, den haben wir gestern auch noch beendet. Und dann wird jetzt noch aufgemauert und entlang der weißen Schnur werden noch diese Schalsteine gesetzt. Jetzt machst du Baustelleninspektion. So, wir setzen jetzt hier hinten aus den Schalsteinen auch die Teichumrandung und darauf wird dann die Abdeckplatte des Teiches geklebt und die Folie wird dann nachher hier enden, darauf die Abdeckplatte und dann sieht man die Teichfolie im Randbereich gar nicht. Und wir machen das Ganze hier aus diesem Schalstein, den man einfach hier in den Beton setzt. Kann man hier mit dem Gummihammer dann einfach den Unterkloppen aufhören. Da möchtest du mir helfen? Amio, hast du alles im Griff? So, das wird jetzt hier das Quellbecken. Hier mauern wir jetzt diese Natursteine auf einmal ringsherum und dann gelangt das Wasser über den Wasserspeier hier rein und dann mauern wir hier so einen Überlauf ein, wo das Wasser dann zurück in den Teich fließt. So, hier bauen wir jetzt die Terrasse. Das machen wir aus diesen Betonsteinen. Das sind so Platten, vier Zentimeter dick und die haben diese Bahnschwellenoptik. Das sieht so ein bisschen natürlich aus und auch von der Oberfläche. Man sieht, da sind teilweise Löcher drin und hier so Risse, nachgedeutet vom Holz. Einmal haben wir 90x25 als Format, dann 60x25 und das ist 25x25. Das ist dann nachher eine sehr aufgelockerte Optik. Wir setzen jetzt die Platten hier, die haben wir bewusst im 45 Grad Winkel zu der Fläche gelegt, dass sie im Randbereich schräg auftreffen. Das sieht nochmal ganz nett aus. Hat natürlich den Nachteil, dass wir hier im Randbereich alle schneiden müssen. Aber es sieht nachher optisch natürlich viel lebhafter aus und abwechslungsreicher, als wenn wir die hier einfach so gerade legen würden. Die Platten werden wieder mit Kleber unten angeschmiert und dann werden die einfach in den Einkornbeton eingearbeitet. Sie haben auchick, das geht direkt, denke ich eben nochmal gut fest. PINτο ab, die ich meget viel Teiler rein rhinos schleaden und degnt. Munk лайk. Für mich auch beim Treib purchases. Schul bitte hin zum einenあ compensativen Käug. Dann klickt bis hinzu und hört das et dort klaaines. Und dann, wenn ich es nun auf Peuren kommt nach. So, für die richtige Atmosphäre braucht man natürlich auch ein bisschen Licht, deswegen habe ich mir mal hier so eine schöne Laterne gegönnt, die haben wir hier gerade montiert, mit Milchglas, dann wird man auch nicht so geblendet, ich finde auch die hat eine schöne Höhe und passt hier gut in die Ecke rein. So, wir verlegen jetzt hier die Teichfolie, darunter haben wir dieses Vlies gelegt, zum Schutz von Steinen oder sonstigen spitzen Sachen, die haben wir natürlich grob vorher abgesammelt, aber das kann natürlich immer mal sein, ob was drauf ist, und ja, die Teichfolie ist ein Millimeter stark, die richten wir jetzt erstmal grob aus und dann achten wir darauf, dass nicht so viele Falten hier drin sind und dann werden wir die Randbereiche später kleben. So, wir kleben jetzt diese Abdeckplatten auf den Teich und da kleben wir dann nachher auch drunter unter die Kante kommt die Teichfolie und dann wird bis dahin auch das Wasser aufgefüllt. Jetzt, ich werde hier die Teichfolie und dann, werbe ich noch mal, dass der Teichof der Teichfolie kommt zu sagen. So, wir sind jetzt auf die Teichfolie und dann sind wir ja immer sehritzig. Jetzt werden wir die Teichfolie hier auch noch mal öffnen. Wir gucken jetzt auf die Teichfolie, bei der Teichfolie und dann im Internet. Ich werde das Teichfolie ganz schön auf zu viele Thichfolie. Wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt das Teichfolie. Das Teichfolie. Das Teichfolie ist So, um so ein Teich oder Becken hier dicht zu bekommen, kann man natürlich auf der einen Seite eine Teichfolie verwenden, wie wir das hier beim Teich gemacht haben. Nur hier bei dem Becken habe ich nicht großartig Lust, hier was reinzufummeln. Deswegen streichen wir das hier mit einer zementhaften Schlemme aus und das ist eigentlich noch einfacher. Dazu nimmt man einfach ein bisschen von der Schlemme, kippt die auf den Boden und dann verteilt man die. Man kann halt auch bei größeren Flächen mit einem Quast machen. Aber hier haben wir Ecken, deswegen habe ich hier einfach so einen Pinsel genommen. Das Ganze muss man in mehreren Schichten aufbringen und dann ist das wasserdicht. So, als kleines Highlight und persönliches Signet bauen wir hier noch ein Montor hin, aus diesen Porphyr-Polygonalplatten. Die Holzschalung wird nachher entfernt und dann trägt sich das Ganze von alleine. Die Teichfolie ist schon verlegt. Wir legen jetzt da unten ein paar Steine, sodass man die Teichfolie nicht mehr sieht und in den Bereichen, wo die Böschungen zu steil sind, wo wir keine Steine platzieren können, legen wir Steinfolienmacken aus. Hier in dem Bereich kleben wir schon die Teichfolie an die Abdeckplatten. Hier ist das schon passiert. Jetzt schneiden wir nachher einfach die Teichfolie da bündig ab. So, hier haben wir jetzt das Montor gebaut, aus diesen Porphyr-Bruchsteinplatten. Das ist minimal vermörtelt und wir lassen den Mörtel jetzt aushärten und dann werden wir diese Holzform abbauen und dann steht es im besten Fall ohne Form. Wir hoffen natürlich, dass der nicht zusammenbricht, aber das sollte klappen. So, wir haben heute 39 Grad. Morgen wird es auch nochmal 39 Grad oder sogar 40 Grad und übermorgen auch. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass wir das Ganze mit Wasser befüllen können. Heute haben wir hier diese Abdeckplatten noch geklebt. Die werden natürlich alle unter Wasser sein. Und hier haben wir ein paar Tritte gesetzt, wo man dann nachher hier hintreten kann und dann hier in die Tiefwasserzone mal reinspringen kann. Und dann haben wir hier noch eine Treppe gebaut, dass man hier auch wieder raus kann. So, hier haben wir jetzt die Teichpflanzen. Also ein paar, da werden wir erstmal so einen Anfangsbesatz haben, die wir schon mal vorher einsetzen. Da kommen natürlich noch viele mehr und jetzt verteilen wir hier gerade den Kies. Hier haben wir jetzt die Foliendurchführungen installiert. Da gehen die Kabel durch und hier geht ein Pumpenanschluss fürs Wasserspiel durch. Und der in der Mitte ist jetzt Überlauf gedacht. Es gibt nichts besseres im Sommer als so eine Erfrischung. Gerade wenn jetzt so heiße Sommer sind wie die letzten Jahre. So, das Video kommt jetzt hier zum Ende. Und deswegen möchte ich mich nochmal bei allen Leuten ganz, ganz herzlich bedanken, die mir hier geholfen haben bei diesem schönen Projekt. Ich finde, hier ist was richtig, richtig Schönes entstanden. Und wir haben ja wirklich ganz tolle Arbeit geleistet. Vor allem bei den Temperaturen, die hier geherrscht haben. Teilweise 42 Grad. Die heißesten Tage, die jemals in Deutschland gemessen worden sind. Und wir haben ja so viele Tonnen Material bewegt. Von daher riesen Respekt und vielen Dank an alle Leute, die mir geholfen haben. So, dann natürlich auch nochmal recht herzlichen Dank an alle Leute, die zugeschaut haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Das Video endet jetzt hier noch nicht. Ich werde gleich, wenn es dunkel geworden ist, noch ein paar Eindrücke da lassen von der Gesamtsituation. Weil wir dann natürlich auch viel mit Licht gearbeitet haben. Und dann habt ihr das dann auch so nochmal gesehen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.